Das ist Dirk. Dirk arbeitet in Belgien. In einer DHL-Niederlassung, die Jeans nach ganz Europa versendet. Das ist Patrick. Patrick lebt in Zürich. Er hat sich gerade eine neue Jeans gekauft. Dank Dirk sieht Patrick super aus. Patrick möchte seine Familie besuchen. Hiermit geht es am schnellsten. Aber letzte Woche passierte das. Das ist Katrin. Sie arbeitet im Team der DHL-Automotive-Niederlassung. Und dank Katrin kann Patrick wieder Auto fahren. Nun kommt Patrick bei seinen Eltern an. Das ist seine Mutter Claudia. Patrick hat ihr ihren Lieblingsbadezusatz mitgebracht. Das wäre ohne diese Frau nicht möglich gewesen. Das ist Vicky. Dank ihrer Arbeit in der DHL-Consumer-Niederlassung sind Europas beliebteste Produkte immer erhältlich. Danke Vicky. Das ist Paul. Patricks Vater. Er erholt sich von einer lebensrettenden Herzklappen-OP. Darin befindet sich eine Herzklappe. Sie kommt aus einer der DHL-Life Sciences und Healthcare-Niederlassungen. Sie wurde von BAS überprüft. Vor der Übergabe an den Chirurgen wurde sie von SEMA erneut geprüft. Dank der Hilfe von BAS und SEMA geht es Paul nun besser. Er ist nun stark genug für sein Genesungsgeschenk. Überraschung! Sie haben es erraten. Pauls Geschenk wurde durch die DHL-Technology-Niederlassung ermöglicht. Hier arbeiten diese beiden. René und Petra. Beide Teil unseres Teams in den Niederlanden. Oh, schauen Sie mal. Das ist Patricks Schwester Anna. Sie ruft aus Amerika an und wünscht ihrem Vater gute Besserung. Danke an Dirk, Katrin, Vicky, BAS, SEMA, René und Petra und alle 480.000 Mitarbeiter weltweit. Deutsche Post DHL Group. Wir verbinden Menschen und verbessern ihr Leben.